hinauf hinauf in ein neues Abenteuer nirgendwo bin ich da gelandet, das ist ein Augenblick zu den Wolkriechen, aber das ist ja Wahnsinn aber dennoch, das erste Signal ist eine Mütze rechts finde ich Rindenpfennig sein, first coin, first target, sehr gut das ist Signal, wieder eine Mütze, second signal, wir können gehen, aber rechts finde ich, WK2, World War II coin, maybe das stimmt ja nicht unten bei den Häusern, ja schönes Platz eigentlich, sieht man der Harvester war da, so schaut das dann aus, war ich schon länger her ein alter Nagel, ein Old Mail, ich muss alles glauben hier, weil irgendwie, sehr schön hier, aber sehr, sehr spärliches Signal das Schuh, ein Hufeisen, vielleicht ist mir das Glück dann doch halt das habe ich noch nie gefunden, vor einer Sardinen-Dose oder Thunfisch-Dose das Abzieh, Lasche, aber Müll oben gibt es nur Bierdosen, only Bier, keins ab, der, aber, ich meine, es ist auch ein Thraschfund Taschenmesser, Pocketknife jetzt ist es gleich bei dem Baum ein Feifendeck, Windcap Protection, von einem Pipe, mit Herzform, oder, ein Dreieck, Herz, egal, super aber, ein Lichtblick, nach da unten wieder eine Münze zehn Groschen jetzt ein Alu-Coin, Aluminum-Coin wow der eine Schnalle das ist Prosse oder eine Sen-Prosse Silberwitz soll nicht sein Eisensteeg nice Buckle, wow im Nirgendwo bin zurück wir haben sehr viel Gutes getan, wir haben sehr viel Müll gefunden oberflächlich, was da liegt Spritzerflasche und Bierdosen ja, so dafür es thanks for watching we have thrashed out the area the forest ja, vielen dank bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.